grüß gott ich wollte noch mal zeigen wie wenn man in den big blue button an seinem rechner drin ist so wie ich das hier bin zusätzlich auch noch mit seinem handy reingehen kann also dann stellen wir mal schauen wir mal auf unseren handy bildschirm herüber das ist jetzt mein handy bildschirm und sagt ja auch noch mal teilnehmen und da komme ich da rein hier brauche ich jetzt das mikrofon nicht sonst kriege ich nur ein echo und habe das doppelt drin gehe also auf nur zuhören warum ist das praktisch smartphone hat in der regel eine ganz gute kamera und ich kann jetzt über das smartphone die kamera teilen ja da werde ich hier um die zustimmung gebeten und jetzt kann ich auswählen front facing also dann würde ich mich selber sehen aber was sehr praktisch sein kann die kamera hinten zu nehmen weil jetzt könnte ich dann zum beispiel sagen aha ich zeige während der prüfung eben schnell was her was ich geschrieben habe oder was ich hier als dokument vorliegen habe also dafür ist das besonders praktisch ich mache das jetzt auch mal freigabe starten so das dauert dann immer im moment und da kann man das ja hier groß machen und jetzt sehen sie haben sie hier das bild von meiner smartphone kamera und das können sie in der prüfung dann auch machen und dadurch können wir wenn sie etwas von hand schreiben das dann sehr leicht teilen ja das war es schon mit diesem ganz kurzen video wo ich ihnen das mal zeigen wollte wie das funktioniert